Musik Mein Name ist Ilona Volk, ich bin die Bürgermeisterin hier in Schifferstadt und ich möchte natürlich auch gerne hier in Schifferstadt Bürgermeisterin bleiben. Wir sind hier am Schillerplatz. Das war mein erstes Projekt meiner Amtszeit, das positiv zur Belebung beigetragen hat und ich möchte auch in den nächsten acht Jahren gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern die Geschicke unserer Stadt lenken und die beginnenden Projekte wie Ochse und auch weitere fortsetzen. Tagblatt-Redakteurin Susanne Kühner im Gespräch mit den Kandidaten. Die Interviews in der Samstagsausgabe im Schifferstadter Tagblatt. Tagblatter Tagblatt-Redakteurin Soxen Untertitelung des ZDF, 2020